Äh, was? Äh, wie bitte? Ne. Äh, Minus, das dann bloß 65 sind 500, ja, 530, nein, 630. So, x630. Ha, x630, z, Minus, 75, auf, x565, und, z, Minus, äh, Minus, oh, jetzt muss ich mich schon beeilen. Äh, äh, Minus 75, da ist es doch, Mann. So, nein, ist, nein, ist diagonal, so. Äh, dieser Fleck hier, jetzt hat er sich hingeportet. Ich weiß, ich sehe aus, als hätte ich eine Lebra. Äh, hat er was geschrieben? Hm, 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 hm. Ich muss ja eigentlich, könnte sogar sein, dass ich das da mitkriege. Äh, äh. Okay, ich hoffe mal, dass... Hier. Das sollte die Mitte sein. Okay. Mal gucken, wie schnell er das klingt. Tü, ah. Hä, ist das Platsch gemacht? Hä, was? Oh! Oh! Größe... 65. Hi! Komm, der einfach mal ums Eck geschneit. geht nicht moment ich gucke noch mal nach die hälfte der zahl geht nach vorne und die andere hälfte nach hinten ja ich gucke doch mal nach komm wie war das noch mal cmd cmd ich glaube calculate im moment region region ok dann sehen wir uns das nächste mal oder bis gleich aber das mache ich jetzt noch kalkulate 65 da sind die raute da drin ohne raute naja das müsste ich auch eigentlich haben naja mal gucken bin gleich da so wieder da ok also 65 blöcke müssten eigentlich hier passen vom geld her was ich mitgenommen habe in dem er ist aber nicht da also der ist weg ja ja nee ich meine jetzt generell hier im spiel 65 blöcke müssten lang also ja vom geld her wie viel hast du denn moment ich gehe auf money bei 65 blöcke bin ich bei 5000 bei 560.000 glaube ich bin ne 422.500 na was mache ich dann ganz falsche taste so money ne einfach money 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 ja und ich habe 400 429.000 cubes 429.000 also ich glaube dann kannst du nur 41 blöcke machen ja gut bei dem kalkulating da steht 400 22.000 500 warte mal ganz kurz ich bin mal ganz kurz öfter also ja was was dir halt ausrechnet stimmt eher als was ich sag kann sein dass ich mich irre ja dann müsste es passen kleinen moment so so ok die frage verstehe ich jetzt nicht sind beide auf z minus 75 kann man das hoch scrollen jawohl äh weiß ich gar nicht mehr z 175 äh äh oh ne natürlich nicht so nein das eine ist minus 10 und zwar ist nämlich ist nämlich minus 10 565 minus 10 z und x 565 so und das eine da da ist der fehler ok zack das ist es das muss es sein geht immer noch nicht na gut ist kein maschinengewehr da wäre ich so mittendrin im huch was macht er dann hä was ist das sandstein keine ahnung hm der map generator hat ja ganz schön schräge sachen hier gemacht so so sein vor allem wenn dann die fischen dann huch hallo ne das ist nur Freunde achso ich find's lustig wenn dann die fischen aussehen wie globürsten so die fischen sehen aus wie globürsten ja die in dem erde keine ahnung ich weiß es nicht ähm so gerade im chat geschrieben wegen deinem moment wenn du kurz aufkam jawoll ach sieh mal einen an paar goldchen haben ich auch hier perfekt den mittelpunkt zu finden hm ist eigentlich reine rechenssache ähm moment okay ähm mittelpunkt finden 65 haben wir das heißt 32 äh wäre der mittelpunkt ungefähr x 32 600 600 also minus 32 wäre 500 8 ja genau 598 jetzt habe ich mich gerade selbst verwirrt und z minus 75 werden dann z minus 75 ich bin kopfrechen stark das wären dann das müsste so stimmen denke ich mal ich hoffe es mal äh gehen wir wir können ja da gut 98 habe ich gesagt das wäre hier der mittelpunkt ungefähr was habe ich gesagt 42 oh ich weiß es nicht mehr egal hier da wo ich rumplansche mein Freund ach das sind das ist der diagonale punkt was der gemacht hat ja blub 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 ja will nicht ertrinken ach schön bin ich ein Bild was macht er dann hä ach ja da kommt ja wieder musik rein so bleib oben kannst du auf den mittelpunkt bin drauf muss ja nicht so genau sein hä habe ich das gerade richtig gesehen richtig gesehen ja das so soll das eigentlich sein hier dass das wasser wieder in sich hineinfließen kann muss muss das sein genauso nicht anders mit dem wasser wasser keine ahnung was du gerade schwätzt ja bei der alten version war es doch immer so gewesen wenn du irgendwie wenn das wasser tiefer war und du hast was rausgenommen oder was reingesetzt und weggebaut dann hast du immer einen strudel gehabt das haben die jetzt ja ausgeschaltet beziehungsweise schon vorher gehabt ich glaube bei der 1.6 version war das so ja weiß ich nicht keine ahnung ich habe nicht so drauf geachtet wasser ist meistens blau mir weiß ich nicht mehr davon na gut gut in letzter Zeit habe ich viel unter wasser gearbeitet in minecraft und habe dann so ein bisschen die physik erforscht erforscht was heißt erforscht ja so äh was okay jetzt mach create durchmesser durchmesser 65 achso okay ja wenn das wieder funktioniert hätte ich ja die ganze zeit machen können so cmd create create ne region muss ich jetzt machen da steht es genau create 65 das müsste jetzt funktionieren okay region successfully created muss aber upgrade sein so hat funktioniert versuch mal zu bauen ja vor allem erstmal diesen komischen block da weg bauen keine ahnung was das für ein block ist aua ja ich kann abbauen jetzt verhunger ich das sind fackeln achso wird es automatisch mit fackeln dann abgegrenzt nicht ich το das 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 das